Musik Ich verlasse mich auf die Natur, auf meine Natur, auf die Musik und da muss ich ehrlich sagen, ich denke gar nicht so viel nach, wie sie ist. Also ich möchte aus Karmen keine intellektuelle Figur machen. Musik Mit 14 habe ich meinen ersten Gesangsunterricht gehabt und mit 15 habe ich schon studiert und da war meine Stimme schon so reif, dass wenn ich selber die Aufnahmen gehört habe, dann dachte ich, das klingt viel zu erwachsen, als ob ich 30 Jahre alt war. Und dann hat auch mein Lehrer gesagt, ja du bist die perfekte Karmen. Musik Das ist eine französische Sprache und ich beherrsche diese Sprache noch nicht. Da hatte ich ein sehr gutes Coaching gefunden, eine Französin, die mit mir jede Silbe erarbeitet hat, jeden Ton. Und so war ich sehr gut vorbereitet für diese Rolle. Musik 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 Musik